Ruhm und Ehre für Snoopy. Der berühmte Hund aus der Comicserie Peanuts hat jetzt einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood. Da ist die Freude groß und der Plüschhund jubelt und klatscht mit den Pfoten. Direkt neben Snoopys Stern liegt der von Charles M. Schultz. Er hatte die Peanuts vor 65 Jahren erfunden. Nicht nur Snoopy, auch andere Comicfiguren haben schon einen Stern in Hollywood. Mickey Mouse zum Beispiel, Bugs Bunny oder Shrek. Anlass für die Einweihung von Snoopys Stern war der Start des neuen Peanuts Films in den US-Kinos. In Deutschland sind die Abenteuer von Snoopy, Charlie Brown und Co. ab Weihnachten zu erleben.